Ja, hallo und willkommen zurück. In diesem Video werden wir uns mit dem Beweis von Satz von Vieta auseinandersetzen. Im letzten Video haben wir die eine Richtung bewiesen, in diesem beweisen wir jetzt die andere Richtung. Und für diese andere Richtung werden wir den Produktnullsatz benötigen. Genau, was hat der Satz von Vieta überhaupt ausgesagt? Wir haben gesagt, x1 und x2 sind genau dann die Lösungen dieser Gleichung, wenn diese beiden Bedingungen gegeben sind. Wir haben gesagt, dass das eben genau dann, wenn Aussagen sind. Das heißt, wir müssen das Ganze auch in beiden Richtungen beweisen. Die erste Richtung ist eben, wenn x1 und x2 Lösungen dieser Gleichung sind, dann müssen diese beiden Bedingungen gelten. Das haben wir im letzten Video eben getan. Und in diesem Video beweisen wir dann, wenn diese beiden Bedingungen gegeben sind, dann sind x1 und x2 tatsächlich auch Lösungen dieser Gleichung. Eines vorweg, wenn wir diese Gleichung haben und das jetzt auf beiden Seiten mit minus 1 multiplizieren, das kommt dann raus. Genau, wir haben hier minus p mal minus 1, das ist plus p. Und auf der anderen Seite haben wir minus 1 mal plus x1, das ist minus x1. Minus 1 mal plus x2, das ist auch minus x2. Also haben wir minus x1 minus x2 ist gleich p. Diese Form wird uns wahrscheinlich mehr, also wird für uns wahrscheinlich angenehmer sein im nächsten Schritt. Ja, was machen wir im nächsten Schritt? Wir wollen diese Gleichung ein bisschen in eine andere Form bringen. Dazu schreiben wir einfach diese linke Hälfte, also die linke Seite dieser Gleichung auf und setzen für p und q genau das und das ein. Wir haben also diese Darstellung und wenn du jetzt nur die rechte Seite dir genau anschaust, vielleicht erinnerst du dich vage daran, dass das eigentlich ein Ergebnis, also das Produkt einer Multiplikation ist. Vielleicht erinnerst du dich auch noch, welche Multiplikation das genau war. Und wenn du dich daran erinnerst, dann hast du eigentlich schon gewonnen, um zu argumentieren, warum x1 und x2 Lösungen dieser Gleichung sind. Ja, die Auflösung nun, das ist genau dasselbe wie das hier. Wer mir nicht glaubt, möge es selbst nachrechnen. Wir haben es auch in einem der vorangegangenen Videos getan, dass wir eben von dem ausgehend auf p und q geschlossen haben, also dass eben p minus x1 minus x2 sein muss und q x1 mal x2. Und wenn wir jetzt diese Darstellung hier so stehen haben für die linke Seite und jetzt noch die rechte Seite hinzufügen, dann haben wir eben schon gewonnen. Wir gehen jetzt einen Schritt zurück und überlegen, okay, was war eigentlich unser Ziel? Wir wollten ja zeigen, dass x1 und x2 Lösungen von dieser Gleichung sind. Was heißt Lösung sein? Naja, wenn man es einsetzt, dann kommt eben das Richtige raus. Ja, und dann setzen wir doch einfach ein. Wir setzen einfach eben nicht hier, sondern hier zum Beispiel x1 ein. Was passiert dann? Wir haben x1 minus x1 mal x1 minus x2. Was kommt hier raus? Genau, 0. Warum? Der Produktnullsatz besagt ja, dass ein Produkt genau dann 0 ist, wenn mindestens eines der Faktoren 0 ist. x1 minus x1 ist 0. Ja, das heißt, x1 ist eine Lösung. Was ist mit x2? Wenn wir x2 einsetzen, haben wir x2 minus x1, das interessiert uns nicht, das ist irgendeine Zahl, mal x2 minus x2, das ist 0. Genau, und damit ist das Produkt auch 0. Also haben wir die zwei Lösungen x1 und x2, beziehungsweise haben wir nachgewiesen, dass x1 und x2 tatsächlich Lösungen dieser Gleichung sind. Und das war ja genau das, was wir zeigen wollten. Ja, wir sind schon am Ende dieses Videos angelangt. Hoffentlich bis gleich im nächsten Video.